Muss ja immer wieder neu anlaufen. Das ist jetzt auch so ein gewissermaßen Geduldsspiel. Aus deutscher Sicht, aber was ein Solo! Was ein Tor! Möbi macht's! Das 3 zu 3! Wow! Was für ein Tor! Ich glaube, bisher... Matthias Plachter! Sensationstreffer! Das Tor des Turniers. Plachter überragend. Tanzt sich da durch zwei Schweizer durch. Mega stark! Damit der Rückkant... Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Magenta Sport.